Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Höffi Show. Heute haben wir ein ziemlich cooles Basic-Produkt für Sie, EASY. Und mit EASY bin ich nicht allein im Raum, sondern die Melanie ist da. Hey Melanie! Hallo Claudia, ich freue mich wieder mit dabei zu sein. Ich verrate dir gerne, wie so oft, am Anfang natürlich den Preis. Hier haben wir für EASY 199 Euro. Knaller Preis, 199 Euro ist wirklich nicht viel Geld für eine Couch und was bringt EASY alles mit? Ja, du siehst, dass sie auf jeden Fall L-förmig ist und natürlich in einem schönen Grau und hier unten einfach auch noch mal so ein kleines Highlight, die schwarzen Füße. Wir haben Mikrofaser hier und wie du fühlst vielleicht, es ist auch sehr, sehr weich und so ein mittelharter Sitz. Ich finde es trotzdem sehr gemütlich. Ja, du kannst ganz bequem sitzen. So, was mache ich denn jetzt, wenn ich die L-Form bzw. diesen Rekammiere-Teil gerne auf dieser Seite haben möchte? Kann ich das variieren? Gute Frage, kannst du auf jeden Fall, wenn du dir die EASY Couch bestellst und die zu Hause ankommt, kannst du einmalig entscheiden, ob du links oder rechts das anbringen möchtest. Ah, okay. Das heißt, ich kann meine handwerklichen Fähigkeiten, die so ein bisschen testen oder die von meinem Freund, wer auch immer mir hilft und dann kann ich einfach zu Hause das dahin packen, wo ich es gerne hätte. Genau. Okay, das ist ganz entspannt. EASY ist dein Basic-Produkt, aber nichtsdestotrotz ist es wirklich eine tolle Couch und ich finde eigentlich auch ganz gut, dass sie relativ kompakt ist. Kannst du ein bisschen was zu den Maßen sagen? Ja, einmal haben wir die Länge 2,2 m und hier an dem Schenkelmaß 1,26 m. Man kann immer noch gemütlich bis zu, ja, ich würde mal sagen knapp drei Personen drauf sitzen und ich sehe die Couch eigentlich, ja, weißt du, wenn du so eine erste Wohnung hast, du bist irgendwie Student, hast eine kleine Bude, weil du hast nicht so viel Kohle, da passt sie eigentlich ganz prima rein ins WG-Zimmer. Und EASY können sie natürlich einmal über unsere Hotline bestellen, indem sie einfach anrufen, oder? Ja, oder auch gerne online über höffner.de oder natürlich auch in den Höffner-Filialen einfach persönlich vorbeikommen. Also sie haben hier ein tolles Basic-Produkt für 199 Euro, es ist wirklich sehr, sehr günstig. Wir haben eine hochwertige Schaumstoffpolsterung, man hat so einen mittelfesten Sitz. Ja, und wie wir sehen, im schönen Grau mit den schwarzen Füßen auch nochmal drauf hinzuweisen und die drei Kissen hier hinten sind auch im Lieferumfang mit dabei. Ja, eine schöne Mikrofaser, zwei Meter zwei ist die Couch lang und in dem Schenkelmaß in der Tiefe 1,26, also wirklich klein und kompakt. Perfekt fürs Jugendzimmer, Kinderzimmer, für die erste eigene Bude, würde ich mal sagen. Gästezimmer. Couch. Genau. Und wie heißt die Couch nochmal? EASY. 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 Bis zum nächsten Mal. Tschüss, machen Sie es gut. Auf Wiedersehen.